Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, heute haben wir mal wieder einen Diss-Track. Ich freue mich sehr. Billy hat ja leider aufgehört, wobei ich immer noch so ein bisschen... Er hatte letztens was in seiner Instagram-Story und jetzt das Miguel Pablo-Ding. Ich habe ein bisschen, ich will nicht sagen Hoffnung, aber ich habe Hoffnung, dass da noch etwas kommt. Wer weiß, Leute, ja? Wir werden es sehen. Aber wir haben jetzt erst einmal was von einem lieben Kollegen von mir, Trailer-Rap. Einige von euch werden ihn kennen, einige vielleicht noch nicht. Auf jeden Fall kann ich euch diesen Kanal sehr ans Herz legen, Freunde. Hier ist das Herz auf der linken Hälfte der Brust, habe ich gelernt gestern, ist das Herz tatsächlich anwesend. Fasst einmal rauf, heucht rein, was sagt das Herz? Es sagt, jetzt kommt was Schönes. Wir haben einen Miguel Pablo-Diss-Track, ja? Jeder hat das mit Miguel Pablo mitbekommen. Ich muss es nicht sagen, er ist in meinen Augen ein absoluter Huchensohn, das habe ich gesagt. Also, ich will damit nicht seine Mutter angreifen, ist einfach ein schönes Wort, um ihn selbst als Person zu beleidigen, ja? Ich weiß, ich... Ach, Digga, eigentlich hat jeder dieselbe Meinung dazu, ja? Dieses Psychiatrie-Ding hin und her, okay. Okay, er hat seine zweite Chance bekommen, aber er hat jetzt eine dritte, gefühlt eine vierte, fünfte Chance. Und er hat jetzt den Move gemacht, den man gefühlt keiner Person auf dieser Welt jemals richtig verzeihen kann, ja? Ähm, wenn man auch seine ganzen anderen Scheiß-Aktionen, die er da vorgebracht hat, ausblendet. Digga, das ist einfach... Das ist einfach ein Disrespect. Ein so großer Disrespect an so viele Menschen, die einfach insecure darüber sind, sich zu outen und insecure sind, äh, sie selbst zu sein. Denn wir alle haben, finde ich, einen normalen Menschenverstand und wissen, dass das einfach das Dümmste war, was man hätte machen können. Deswegen... Ich weiß nicht, Leute, keine Ahnung. Bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt auf den Disstrack. Er heißt einfach Miguel Pablo Disstrack. Wie gesagt, Trailer-Rap, ein Kollege von mir, der, wie der Name schon vermuten lässt, rappt eigentlich sonst immer, ja? Ähm... Filme in Trailer-Fassung, also er gibt einen Film wieder, was dort drin passiert, indem er es rappt. Und das ist extrem gut musikalisch und visuell untermalt. Schaut da gerne mal öfter vorbei. Ich bin gespannt, Freunde. Jetzt ist wieder ein Gemisch von Cesar. Cesar mischt eigentlich immer seine Sachen, ja? Cesar kennt ihr, der mischt auch immer die Sachen von Reportagen. Also haben wir Qualität. Der Beat ist von einer mir unbekannten Person, Freunde. Ich würde sagen, wir hören rein. Ich will nur sagen, er wartet jetzt kein, kein lyrisches Massaker auf, äh, auf Eminem oder Reportagen-Level. Das Ding ist jetzt in zwei Tagen entstanden, wenn überhaupt, ja? Maximal zwei Tage Zeit hatte er jetzt, da ist das Video ja hochgeladen worden von Miguel. Ähm, deswegen erwartet er jetzt hier nichts zu krasses. Er ist nur ein entspannter Sechzehner, meinte er. Aber ich bin trotzdem gespannt und hätte mir das Ding sowieso angehört. Deswegen habe ich jetzt mal hier die Aufnahme angeschmissen, Leute. Wir schauen ja schon rein jetzt, let's go. Wir schauen ja rein. Miguel Pablo ist traurig, wenn keiner die Kopie einer Kopie. Er hat sich ja allein in seinem Entschuldigungsvideo achtmal widersprochen und meinte, Leute, soziales Experiment, ich hab's nicht für die Klicks gemacht. Fast forward drei Minuten, Leute, Dezember, ich hab's für die Klicks gemacht. So ein Bulli, Digga. Wenn keiner die Kopie einer Kopie feiert, also gib's dick mit dem Dezember der Profitgeier. Nicht fertig sicher, hat kein Geld auf der Bank. Mensch, es gibt Kids, die haben wegen ihrem Outing Selbstmord gedankt. Und du machst daraus... Real Talk. Das ist das, was ich meinte, Alter. Und solche Moves, wie dieser, ich weiß nicht mal, heißt er Miguel, Miguel, Miguelo, wie er ihn gemacht hat, bringt einfach noch viel, viel mehr Leute dazu, Angst zu haben, sich zu outen. Wegen solchen Sachen, weil's wegen Leuten wie Miguel ins Lächerliche gezogen wird. Das ist das, was mich am meisten einfach abfuckt. Uh, ja, 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 das ist schon stark, Digga. Wer schreibt hier? Von John. Du hast keinen Fehler gemacht, du bist der Fehler. Boah, Digga, Real Talk. Psychiatrie-Dauerpass. Kein Kommentar, der ihn fickt, weil er die löschen kann. Also ficken wir ihn halt mit dem, was er nicht kann. Sprechgesang. Feierst du deine Katos im Gesicht? Fragen wir doch Shindy, der würde sagen... Ich glaube mir nicht. Du bist das, was einem Pussybit entspricht. Denn für jeden Schwulen bist du ne Muschi im Gesicht, ey. Real Talk, Digga. Wir schauen kurz rein, was Leeroy geschrieben hat. Das enttäuscht mich gerade dermaßen. Für jeden Homosexuellen, der um Respekt in dieser Welt kämpfen muss, bist du ein Schlag ins Gesicht. Real Talk. Sehr schön ausgedrückt von Leeroy, Mann. Sehr, sehr schön ausgedrückt. Also wie gesagt, man soll, wie gesagt, Menschen ruhig ne zweite Chance geben. Aber das ist einfach ne Aktion, die man nicht verzeihen kann. Und das war nicht die zweite Chance von Miguel. Das war die achte Chance gefühlt. Okay, das war's schon. Stark. Real Talk. Real Talk. Real Talk, Mann. Kann ich verstehen. Oder so, keine Ahnung. Nenn's wie ihr wollt. Auf jeden Fall hat's mich krass genervt. Ich wollte schnell mal loswerden. Und deswegen 16er. Mehr ist mir dieser Typ nicht wert, Alter. Deswegen eine Minute und zack. Fick dich, Alter. Und auch mein großes Lob an alle YouTuber da draußen, die unter seinem Video das kommentiert haben, dass er einfach ne kleine Ratte ist, Alter. Richtig geil. Leider wurden die Kommentare ja von ihm gelöscht. Aber, naja, das Ding hier kann er nicht so einfach löschen. Korrekt, Mann. Leute, schaut uns in Trailer-Rap. Schaut bei ihm vorbei, wenn ihr... Er macht, wie gesagt, eigentlich keine Disstracks, ja. Wenn ihr auf gute Musik mit Kombinationen, mit Filmen und sowas steht. Er macht echt geilen Scheiß, Mann. Er hat zu Harry Potter was gemacht. Er hat zu König der Löwen was richtig Nices gemacht. Schaut euch das gerne an, ja. Ansonsten, was soll ich sagen, Freunde? Wie gesagt, es war jetzt nicht die lyrische Zerfickung. Es war einfach ein Statement. Es war einfach ein Statement. Und die Zeilen haben gesessen. Die Message hat gesessen, Mann. Was soll man sagen, Digga? Ich bin gespannt, ob noch irgendwas kommt. Mindsap hat was angekündigt auf Instagram. Jack von Crack ist immer heiß auf dem Disstrack. Billy juckt es eigentlich auch unter den Fingern, aber er muss sich ein bisschen zurückhalten, glaube ich. Ich bin gespannt, was noch kommt, Leute. Wenn noch irgendein Disstrack in diese Art und Weise kommt, werden wir uns den hier auf jeden Fall ansehen, Leute. und lasst bei meinem Bruder-Trailer-Rap einen Kuss, da und einen Gruß. Gönnt ihn ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt natürlich fresh, so wie immer, Leute. Was soll ich sagen? Ja, auf einen wunderbaren Tag. Und ciao.